Heyo Leute und willkommen zu einem kurzen Video. Ich wollte nur kurz Bescheid geben, denn ich habe gerade von Ubisoft noch zwei The Crew Force Beta Keys bekommen und die würde ich dann auch gerne verlosen. Das Gewinnspiel geht bis 19.30 Uhr um 20 Uhr auf unserem Video mit der Auflösung und teilnehmen könnt ihr einfach, indem ihr das Video hier liked und einen logischen Kommentar schreibt, wieso ihr denn jetzt die The Crew Force Beta Keys haben wollt. Abo müsst ihr nicht hinterlassen, aber es wäre natürlich nett für mich, hier zu kurz von 500 und noch ein Abo von euch zu bekommen. Gut, dann sehen wir uns bei der Auflösung und viel Glück! Das ist was ich gesagt habe! Vorneim! Almost done.